Dein göttliches Licht, mache es dir jetzt bequem und schließe deine Augen, um noch mehr bei dir selbst anzukommen. Lass deinen Atem ruhig fließen. Es atmet dich. Du brauchst nichts zu tun. Erlaube dir, dass dein Körper sich entspannt. Dein Körper entspannt sich jetzt. Erlaube dir, dich fallen zu lassen und führen zu lassen. Dein Atem zeigt dir das Jetzt, diesen Moment. Es gibt nur diesen Moment. Du kannst nicht gestern atmen und nicht morgen. So ist auch dieser Moment, wo wir beide jetzt gemeinsam sind, die einzige Wahrheit, die einzige Wirklichkeit. Du bist gut so, wie du jetzt bist, in diesem heiligen Moment. Lenke deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Geist. Eine goldene Kugel, die hinter deinen Augen sitzt. Und diese Kugel sinkt jetzt ab in dein Herzzentrum. Und du gehst einfach mit in deinem Tempo, mit der Kugel, wie sie absinkt über deinen Hals, in dein Herzzentrum. Und dadurch wird es in deinem Kopf immer ruhiger und ruhiger. Ganz ruhig. Du darfst dich noch tiefer entspannen. Entspannen. Du bist angekommen in deinem heiligen Raum. Nimm deinen Raum wahr. Einfach wahrnehmen und annehmen. Und öffne dich jetzt. Öffne alle Türen und Fenster in diesem Raum ganz weit. Erkenne dein Licht in diesem Raum. Nimm die Farbe wahr, die es trägt und lasse es jetzt ganz weit werden. Dehne es aus. Es ist warm. Es strahlt und leuchtet. Ist vollkommen klar und rein. Pure Liebe. Deine Essenz. Und dein Licht dehnt sich jetzt aus, erfüllt deinen ganzen Raum. Und breitet sich im ganzen Körper aus. Über den Körper hinaus. In all deine anderen unsichtbaren Körper. In den Raum, wo du jetzt bist, in diesem Moment und über den Raum hinaus. Es dehnt sich aus bis tief in Mutter Erde und erleuchtet die gesamte Erde. Mutter Erde, die dich trägt, nähert und hält. Und du hier auf dieser Erde gewünscht bist, so wie du bist. Du bist in diesem Moment und es dehnt sich aus bis tief in Vater Himmel. Du bist Geist von Geist Gottes und unendlich, ewiglich ist dein Licht, das mit allem verbunden ist. Und dich und alles erleuchtet. Es wird immer heller. Du dehnst dich immer weiter aus. Dein Herz ist weit geöffnet. Und du bist ruhig und entspannt. Nimm dich jetzt in der Ruhe wahr. Gott ist deine Stärke. Gott ist deine Quelle. Gott ist das Licht, in dem du siehst. Gott ist der Geist, mit dem du denkst. Gott geht mit dir, wohin auch immer du gehst. Du bist unendlich geliebt, erwünscht. Gott, das Leben ist für dich. Und du darfst dich führen lassen. Und so komme jetzt wieder ganz bei dir an. Fühle und spüre dich und öffne deine Augen. Und du bleibst ganz bei dir mit deinem offenen, warmen Herzen. Leuchtend und strahlend und verbunden mit allem, was ist, in Liebe und Licht. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wie ist das Richter aus? Wie ist das Richter aus? Vielen Dank.